willkommen zurück zu let's play ww mit unseren hordejäger ja das abenteuer geht weiter wir sollen den neklopol erkunden das sieht aber auch gut aus hier das fetzt ja richtig und die opfer sind bereit jetzt noch den zirkel mal so davon brauchen wir auf jeden fall ein foto weil ich sagen sehr schön das zirkel malen ok grüßt euch fremd klingen zeichnet auf euch acht eure schritte lenken jetzt wird euch direkt wieder schwindelig vorsichtig sehr gut jetzt schlagt die trommel wir dürfen die trommel schlagen sehr schön die stimme kenne ich doch und geschenke sehr schön kommt rein kommt rein ok da haben wir den lord des todes imponiert und wir dürfen reinkommen aber da gehen wir erstmal rein sagen wir hallo gucken wir mal was gleich passiert hier so guten tag sie an hallo an sah wollt ihr eure schulden begleichen große wands handy ich bringe euch mehr seelen wie vereinbart ich habe noch so ein fremd klinge mitgebracht er will mit euch sprechen mächtiger lohr was führt euch zum alten einsam wohnsam die geht schon mal an wohnsam die wacht über euch ok wach mal bei uns das ist sehr gut dann mal zurück nach sobal muss noch jede menge seelen sammeln bevor ich meine schuld abbezahlen kann macht's gut wir sehen uns bald da gibt es ja noch gleich eine zusatzaufbau das ist auch schön müssen wir denn da machen hier wir töten sehr schön wo ist denn unser tier das wollten wir nicht sparen wo ist denn unser tier so da ist es doch unser tier sehr schön dann können wir die zusatzaufgabe erledigen müssen wir die ja nicht auf die aufgabe erledigen die haben müssen auch das ist sehr schön ja was gibt es neu ist zuerst etwas anvisieren gibt nichts bewegen seit gestern hat sich nichts geändert rein sie seht die meisten sind schon level 120 sind schon dick an questen also an instanzen mache ich an questen sei ich denn wir wollen auch weit nachlegen deswegen gehen wir in gas so sagt die haben wir zerstört da gibt es auch noch eine aufgabe die wollen wir uns auch noch dazu was die aufgabe für uns ist ich habe kein ziel ich habe uns mal für eine instanz angemeldet mal gucken da war wartezeit 25 minuten erst etwas anvisieren ja ihr seht ihr sind schon 15 minuten drin in erwarte schlange gucken wie lange wie in erwarte schlange verweilen müssen ich brauche ein ziel ist echt ätzend sehr schön dann kann man die kugel zu stellen ein kraut ein kraut ich bin außer reich weiter ist natürlich mit das kraut da waren wir zu schnell so was ist da hinten im hintergrund hydra guten tag geschaffen geschaffen die weiche viel zu lange unter den lebenden tut was ihr tun müsst um ihre seele zu diesem mehr als geduldigen gott zu bringen ja ich muss näher heran so greifen wir einfach hier an hier gibt es so jede menge was wir machen müssen das ist zu weit entfernt das können wir noch mal schnell machen das werdet ihr bereuen na eure seele gehört jetzt gar 100 gar nichts darf fangen wir erst mal an so der mage schießt auch wie wild drauf sehr schön ich habe kein ziel das ist nicht was ihr mir versprochen habt so gucken wir mal wo geht es hier lang okay das erst mal ein bisschen ist das der da nein der ist lieb so das haben wir dann machen wir jetzt erst mal die zusatzaufgabe hier mit fertig nochmal die schon mal die aufgabe erledigen auch direkt mit das ist sehr schön ich brauche ein ziel 60 prozent haben wir schon fast von aufgabe dann dauert es nicht mehr allzu lange dann probieren wir gleich nochmal den schatz zu finden ich glaube der war da vorne in so einer alten Katakombe ich musste erst etwas anvisieren so so ich glaube nämlich hier unten müssen wir rein da ist auch ein Sternmob ne da werden wir uns mal reinbegeben sag ich doch ach das ist alles hier unten zeig und zack ach den schnellen Niedermetzeln hier soll auch ein Schatz sein oh der hat uns geschossen Klinge der Königin okay dann bist du auch schon länger tot zack mal gucken was er uns gibt vielleicht ein bisschen macht wieder ja ja dein schild nützt nichts wenn wir von der seite schießen so und 6000 na ein bisschen macht sehr schön und dann gucken wir mal was in der truhe hier ist oder hier ist dahinter entschuldigung das ist auch sehr schön so dann können wir mal schnell hoch laufen und dann machen wir mal die Aufgaben fertig die wir hier auch noch haben so und die Zusatzaufgabe natürlich was haben wir hier was haben wir hier was haben wir hier ja komm ich muss nicht brauchen auch noch was und dann wären wir auch bald schon was wenn sind wir denn level 117 dann werden wir ja bald 18 dann 119 und dann haben wir die langsam unsere instanzen gehen und uns equipen was ich natürlich auch aufnehmen werde ist ja ganz ist ja klar hier soll irgendein Kraut sein irgendwo das ist bestimmt wieder versteckt oh instanzanmeldung hier ist das Kraut das nehmen wir schnell mit ja ist klar lasst du uns dann gucken wir mal in welche instanz wir kommen ah und da sind wir auch schon drin sehr schön die kennen wir aber oder doch die kennen wir das ist sehr schön hier können wir einfach mal schnell durch waschen wegen 100.000 noch zusätzliche ep punkte so sagt der tank läuft schon weiter weiter so dann laufen wir den tank meinte her wo ist er denn da ist er ein bisschen multishot hier rein so kennen wir diese instanz doch ich glaube hier waren wir schon drin doch doch natürlich ich habe kein ziel und schöne frauen gibt es auch ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe hier eine aufgabe eigentlich noch drin ne ja da ist halt gleich auch schon der erste bus ne so auf den großen gehen wir erstmal ich brauche ein ziel ja aber wie findet ihr denn die instanz könnt ihr mir in die kommentare schauen das würde ich mal interessieren wie ihr die instanz findet was ihr dazu sagt oder wie ich meine instanzen findet das würde mich echt mal interessieren so jetzt stirbt doch mal langsam da so sehr schön greifen wir jetzt den boss an zack so ich werde genießen wie ihr verkokelt okay er wird uns verkokeln aber das schafft er nicht es kann gegen unser reich bestehen das hätten wir darüber springen müssen das war sie jetzt gar nicht so gut wie wir nur macht ich habe auch echt kein glück mehr ich krieg derzeit nur immer macht 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 ja klar 310 also das level 120 ich habe kein ziel sehr schön auch erledigt guten tag ich brauche mir denn noch eigentlich okay ich glaube das wird sie mit dem level ab in der folge das wird sehr eng gibt zwar schön ordentlich aber so viel glaube ich wird das nicht da habe ich den außen sehen gekült das wollte ich gar nicht also der team hunter der team hunter der die karte mal geil dass er die alle ich habe in kanzi ich muss zuerst etwas anvisieren da haben wir den auch gleich besiegt und dann sind wir da unten schon glaube ich beim nächsten boss genau das war auch diese komische die dieser komische worm oder ja genau dann kommen schnell laufen so und sieben kopf war das gerade sehr schön so ja ihr seht es schon ist es schon wieder abends wo ich aufnehme ich komme einfach nicht früh ins bett ne das ist zu weit entfernt immer darauf da der die man da geht auch voll ab unser tier ist einfach mal tut warum ist das tut ich habe keine ziel aber ich habe keine ziel ich habe keine ziel aber auch zurück so und 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 so und 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 ich euch der wurm kommen selbst seid ihr denn so hartnäckig ich muss zuerst etwas an wie sie heilen die sich gegenseitig ich habe kein ziel auch ich habe kein ziel auch schon unterbrochen aber ich muss zuerst etwas anvisieren so und der kampf beginnt gegen die hässliche schlange wieder spucken tut so genau ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel wo ich habe ich muss zuerst etwas anvisieren so wirst du denn so und da taucht sie wieder auf und jetzt können wir wieder aufbürsten ihre kinder töten ihre helfer ich brauche ein ziel ich bin voll reingelaufen so und so von da ich habe kein ziel und da haben wir sie besiegt sehr schön ein bogen aber der schlechter als unser können wir nichts mit anfangen okay schade jetzt ein paar elementar jetzt müssen wir genau jetzt über die ganzen elementare besiegen dadurch aus den ganzen elementaren wird dann der bus war das nicht so ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau das zweite mal dass ich das hier drin bin ich brauche ein ziel besiegt und jetzt können wir hier lang laufen so er zieht sie alle zusammen das ist gut und fass und fass nochmal so habe ich kein ziel das macht die elementar und dann müsste schon fast der bus kommen auch besiegt sehr schön auch mehr wichtig oder fünf wichtig kämpfen für den ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas haben wenn sich die ganzen elementar lichter ist das war auch so oder ja und los geht der kampf so 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 Ich brauche ein Ziel. Da sind wir durchgekommen. Jetzt geht es hier lang. Jetzt müssen wir doch hier alle zusammenziehen. Hier müssen wir glaube ich die Kugel holen um das Gesicht zu öffnen. War das nicht so? War das nicht so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Er macht es selber, ok. Ich habe kein Ziel. Lässt du die Kugel mal ab? Wollte der gerade die Kugel wieder wegbringen? Das lassen wir natürlich nicht zu. Ich brauche ein Ziel. Zack. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, haben wir. Ich habe kein Ziel. Ok. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, da muss man hingehen. Ach so. Ok. Wurde es eigentlich gerade hinwerfen. Hat also nicht geklappt. Ich bin außer Reichweite. Ja. Ach zack. Die letzten Mobgruppen. Und dann dieser komische Boss. Wo glaube ich nur die Mops um ihn rum kommen. Das sollte nicht allzu schwer für uns sein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach zack. Ich brauche ein Ziel. Ja, los. Weiter geht es. Wir haben noch was vor. Ich würde sagen, auch nach der Instanz ist Schluss. Da machen wir die Aufnahme Cut und machen dann in der nächsten Folge weiter mit der großen Quest. Mit der... Ich war mal die, äh, diese große Zusatzquests wollten wir machen. Und die drei Aufgaben vom, äh, Lord des Todes. Ich habe kein Ziel. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, und das ist jetzt schon der Boss. Ich brauche ein Ziel. Okay. Und zack. Und wenn... So. Wumm. Ich habe auch erledigt. Wisset ihr eigentlich, ob man wieder diese Pfeife kriegt, wo man zum Flugmeister hin und her der ein zum nächsten flugpunkt wisst ihr das ob dies in zu das auch gibt das könnt ihr mal in den kommentaren ob ihr das ist das würde interessieren anvisieren so geht jetzt der bahn ist aber die verteidigungssysteme des tempels wurden aktiviert und ich werde sie deaktivieren aber nur die mobs runter schießen fertig ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel so so laufen ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren der heiler muss den boss hochhalten ok so dass dann habe ich jetzt gar nicht aufgepasst tschuldigung ich musste noch kurz vor kurzem gegen chat gelesen habe ich gerade ein bisschen abgelenkt ich habe kein ziel ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ein frosch ich muss zuerst etwas anvisieren so halte ihn jetzt glaube ich das ist die letzte runde die jetzt kommt ich brauche ein ziel und nächste runde ich habe kein ziel uh! ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel eine kröte kommt noch eine runde kommt noch eine runde kommt noch eine runde ich muss zuerst etwas anvisieren Ich gebiete über alles und jäger ok dann gibt es nur noch schnell aufschießen ich habe kein ziel nächste runde ich brauche ein ziel siegt und die letzte ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön die sieht gut aus die kümmert euch mal anziehen dass sie das verdient so gucken wir mal was geht an punkten was soll das als zauberwirken haben eine chance das sind immer so wenn das speck der schildkoll hat die nämlich so selten das nimmer und da war jetzt einfach nur genau 5 prozent hoch dann gehen wir hier raus so aber dann sind wir jetzt hier draußen ich sage euch danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge bei let's play ww mit dem hordejäger danke fürs zusagen tschüss